Und jetzt ein Quick-Tipp zu unserem Buch. Los geht's! In diesem Quick-Tipp zeigen wir euch, wie ihr euer Samsung Galaxy A21s zurücksetzen könnt. Ihr wollt euer Handy verschenken oder verkaufen, dann wollt ihr sicherlich all eure Daten vom Smartphone löschen und das Smartphone zurücksetzen. Dazu geht ihr wie folgt vor. Im Hauptbildschirm tippt ihr auf den Bildschirm und zieht nach oben, um alle Apps zu öffnen. Ihr tippt auf Einstellungen. In den Einstellungen blättert ihr nach unten, bis ihr zum Punkt Allgemeine Verwaltung kommt. Tippt diesen an und dort tippt ihr auf den Punkt Zurücksetzen. Hier findet ihr Aufwerkseinstellungen zurücksetzen. Tippt diesen Punkt an. Ihr bekommt eine Sicherheitswarnung. Achtet darauf, all eure Daten, alle Fotos, alle Musik, alle Videos, alle WhatsApp-Nachrichten, sämtliche installierten Apps, schlichtweg alles, wird von eurem Smartphone gelöscht und es wird wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Blättert nach unten und tippt auf Zurücksetzen. Gebt noch eure Sicherheits-Pin, Passwort oder Muster ein. Und jetzt könnt ihr das Ganze zurücksetzen, indem ihr auf Alles löschen tippt. Das war unser Quick-Tipp. Viele weitere Tipps und Anleitungen finden Sie in unserem Buch. Der Link unter diesem Video bringt Sie direkt in den Online-Shop des Bildner Verlags. Hier gibt es das Buch auch als E-Book und als Set. Also Buch plus E-Book. Also am besten jetzt gleich bestellen, sofort downloaden und loslegen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.